Herzlich willkommen zum ersten Video des Praxisteils unserer Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Wir haben uns ja jetzt drei Wochen lang mit Grundlagen beschäftigt, haben uns darüber Gedanken gemacht, wie die Differenzerfahrung funktioniert, also quasi wie man zu Erkenntnissen kommt, wie menschliches Denken und Handeln in der Umwelt so geschieht, welche Rolle Artefakte darin spielen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was es mit interaktiven Nutzungsschnittstellen aufhat und welche Eigenschaften diese interaktiven Nutzungsschnittstellen haben. Und dann haben wir uns in der letzten Woche damit beschäftigt, wie die Architektur des menschlichen Wahrnehmungssystems so beschaffen ist. Das alles nehmen wir jetzt zusammen und werden uns darauf häufig zurückbeziehen, denn das ist die Grundlage für viele der Forderungen an die Gestaltung, eigentlich für alle Forderungen an die Gestaltung, die wir jetzt in der Folge, in den nächsten Wochen, ab dieser Woche entwickeln werden. Wir müssen uns aber erstmal noch für diesen Ansatz, für diese Entwicklung, ein paar grundlegende Überlegungen machen, nämlich ein paar Grundleitlinien definieren, anhand derer wir alles entwickeln wollen. Und darum soll es jetzt heute zunächst einmal gehen in diesem Video. Denken wir mal zurück an das Kapitel Differenzerfahrung. Bei der Differenzerfahrung geht es ja immer darum, dass wir eine Wahrnehmung machen müssen, um die gegen eine Hypothese abgleichen zu können. Und auch natürlich die Hypothese entstand schon auf Grundlage früherer Wahrnehmungen. Das bedeutet, wenn wir das jetzt auf den Computer übertragen, und die Nutzungsschnittstelle ist ja nichts anderes als ein Teil unserer Umwelt, wenn wir mit dem Computer interagieren, dass wir eben diese Differenzerfahrung ermöglichen müssen und das auf eine möglichst gute Art und Weise. Das heißt, wenn ich Differenzerfahrung ermöglichen will, heißt das, ich muss etwas wahrnehmen können und ich muss es auf gute Art und Weise wahrnehmen können. Ich muss handeln können und ich muss auf möglichst gute Art und Weise handeln können. Und ich muss auch verstehen können, was ich da sehe und wie ich handeln muss. Und das auch auf möglichst gute Art und Weise. Also ich muss wahrnehmen, verstehen und manipulieren können. Jetzt habe ich immer gesagt, auf möglichst gute Art und Weise. Was soll denn das heißen, gute Art und Weise? Was ist denn jetzt hier gut oder was ist hier schlecht? Na, gut und schlecht ist natürlich eine schwierige Kategorie. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich bestimmte Dinge vermeiden will. Ich möchte zum Beispiel nicht eine Gestaltung haben, die mir ständig im Wege steht. Ich möchte nicht eine Gestaltung haben, die mich ständig gängelt, bei der ich ständig immer in bestimmten Reihenfolgen, immer in bestimmten Art und Weisen etwas machen muss, obwohl ich das ganz anders möchte und obwohl es auch anders plausibel möglich ist. Das möchte ich vermeiden. Und das ist unsere Leitforderung, die wir aufstellen wollen. Die Leitforderung nennen wir Reduzierung erzwungener Sequentialität. Und ich lese einmal vor, was die Leitforderung ist. Steht hier oben auch aufgeschrieben. Das, was ich da in Fett geschrieben habe, das ist das, was ich eben gemeint habe, wenn ich gesagt habe, auf gute Art und Weise. Denn wenn ich das nicht habe, dann bin ich auf jeden Fall irgendwo bei einer schlechten Art und Weise. Das heißt, wenn ich unnötige Aktivitäten machen muss, dann ist es schlecht, dann halte ich die Leute ja auf und beschäftige sie mit irgendetwas, was gar nicht notwendig wäre. Oder wenn Ausführungsreihenfolgen aufgenötigt werden, die nicht notwendig wären, die nicht in der Aufgabe zu begründen sind, auch dann mache ich diese Differenzerfahrung und diese Möglichkeit des Handelns in der Objektwelt auf eine nicht ideale Art und Weise. Daher diese beiden Bedingungen, unnötige Aktivitäten müssen vermieden werden und Ausführungsreihenfolgen sollten nicht aufgenötigt werden. Hinter dieser ganzen Überlegung steckt ein gewisses Weltbild. Was soll das heißen? Das heißt, dass wir nicht wirklich aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis an dieser Stelle ableiten können, dass es so sein sollte. Wir gehen davon aus oder wir postulieren einfach, wir sind normativ unterwegs und sagen, dass Menschen freie Entscheidungen treffen wollen und nicht fremdbestimmt sein wollen. Davon gehen wir einfach mal aus. Das entspricht ja auch unserem Gesellschaftsbild üblicherweise. Wenn wir natürlich ein ganz anderes Gesellschaftsbild an den Tag legen oder sagen, naja, wenn es für den Menschen besser ist, dann sollte man ihn auch mal zwingen, dann ist das natürlich eine schwierige Art und Weise zu argumentieren. Dann funktioniert unsere Leitforderung nach der Reduzierung erzwungener Sequentialität nicht mehr so besonders gut. Denn wir stellen diese Leitforderung und dieses Weltbild vor allen Dingen quasi über alles. Das heißt, wir sagen auch, es ist besser, selbst zu entscheiden, auch wenn es vielleicht nicht die maximale Effizienz hat. Das ist vergleichbar mit Diskussionen über Demokratie. Ich kann sagen, Diktaturen, die gut funktionieren, sind effizienter als Demokratien. Trotzdem sind wir ja in unserer Gesellschaft unterwegs und sagen, ja, wir favorisieren aber trotzdem eine Freiheit und eine Demokratie gegenüber einer Diktatur. Und diese Wertsetzung haben wir jetzt hier auch. Es ist also eine politisch-gesellschaftliche Wertsetzung, die wir ganz oben anstellen. Und der ordnen wir alles unter. Und aus der ergibt sich auch diese Leitforderung nach der Reduzierung erzwungener Sequentialität. Was kann das sein, erzwungene Sequentialität? Die Formulierung hat einen gewissen Nachteil, das ist mir bekannt, nämlich, dass man häufig denkt, es geht nur um Reihenfolgen. Es geht aber nicht nur um Reihenfolgen. Deswegen will ich mal drei Beispiele für erzwungene Sequentialität geben, die hier auf dieser Ansicht zu sehen sind. Das erste Mal sind unnötige Hindernisse, die mir im Wege stehen bei der Erledigung meiner Aufgabe. Und das Beispiel, was ich hier habe, ist da auf der linken Seite zu sehen. Das ist aus meinem Lieblingsbetriebssystem, Windows 8. Da erschien diese Leiste auf der rechten Seite, also nicht auf der linken Seite, wenn man sie zusätzlich aufrief oder wenn man sie per Slider, also per Bewegen von der Seite, per Touch dort hinein schob. Und was man da sieht, ist die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Da lassen sich Einstellungen für die gerade aktuelle Anwendung vornehmen, aber auch für das System als Ganzes. Unter anderem kann man da die Systemsteuerung, die Systemeinstellungen öffnen. Und ihr seht, im unteren Bereich einige dieser Systemeinstellungen im direkten Zugriff. Das gibt es so ähnlich bei Windows 10 heute auch noch, dass ich so einige Einstellungen im Direktzugriff habe. Was ich auch machen kann an dieser Stelle ist, die Applikation Systemeinstellungen, wo ich dann an viel mehr Einstellungen komme, aufrufen. Wie kann ich das machen? Indem ich auf diese kleine Beschriftung unten klicke, wo drauf steht, PC-Einstellungen ändern. Ich bin nicht darauf gekommen. Und ich bin auch nicht der Einzige, der nicht darauf gekommen ist. Denn man erkennt überhaupt nicht, dass es sich hier um eine Schaltfläche handelt. Es sieht eher aus, als wäre PC-Einstellungen ändern, hier die Beschriftung für diesen Bereich da unten. Dass es selber eine aktive Fläche ist, kann man nicht sehen. Die Gestaltung ist derart schlecht, dass man das nicht erkennen kann. Man muss es ausprobieren oder man muss es wissen. Zweite Möglichkeit für erzwungene Sequentialität sind unnötige Schritte, die mir aufgenötigt werden, die gar nicht notwendig wären. Das ist häufig so, wenn Schritte sowieso schon klar sind und ich werde dann aber aufgefordert, sie zu machen. Wir sehen das hier an einem Beispiel in der Mitte. Ein Beispiel des Updaters von Office, also Microsoft Office, hier auf dem Mac. Und dieser Updater läuft und ruft mich dann dazu auf, ich soll doch Excel schließen. Denn Excel soll geupdatet werden und damit es geupdatet werden kann, muss es geschlossen werden. Was steht hier? Schließen Sie die folgenden Anwendungen, um die Installationen fortzusetzen. Microsoft Excel. So. Warum kann ich denn an dieser Stelle nicht Excel schließen? Wieso werde ich genötigt, erst irgendwie im System, im Betriebssystem herumzurödeln, Excel wiederzufinden und dann Excel manuell zu schließen? Es ist ja in Ordnung, dass das System hier oder der Updater nicht Excel einfach aus dem Speicher wirft und einfach neu installiert. Es könnte ja sein, dass ich da tatsächlich was drin bearbeiten möchte. Aber da gäbe es Lösungen für. Eine wäre, und das wäre eigentlich die beste, die gerade geöffnete Arbeitsmappe in Excel würde automatisch irgendwo temporär gespeichert. Das Update würde gemacht. Excel würde wieder starten und diese Arbeitsmappe direkt wieder öffnen. Dann würde Excel aktualisiert, ohne dass der Nutzer überhaupt irgendwie einen Nachteil davon hätte. Außer vielleicht in den paar Minuten, in denen die Aktualisierung tatsächlich stattfindet. Aber selbst wenn das nicht möglich ist, könnte man doch hier einen Knopf anbringen und könnte hier sagen, Anwendung schließen oder Excel schließen. Und dass das nicht geht, kann nicht sein. Man könnte jetzt annehmen, es gibt vielleicht keine API dafür, es ist irgendwie nicht möglich, das zu machen. Aber es ist möglich, denn die Installation von Microsoft Office, wenn man Office neu installiert, die kann das. Was man an diesem Ausschnitt hier sieht, wenn man da nämlich mal guckt, ist zwar jetzt eine ältere Version von Office, ist ja eine neuere Office-Version, aber genauso. Wenn man das macht, dann hat man auf einmal die Möglichkeit, da zu sagen, Close Applications and Install. Es geht also, man hat es nur nicht gemacht. Und dadurch entsteht eine erzwungene Sequentialität, denn dem Nutzer werden mehr Schritte aufgenötigt, als notwendig wären. Ein drittes Beispiel für erzwungene Sequentialität hat mit erzwungenen Reihenfolgen tatsächlich zu tun. Was wir hier jetzt sehen, ist LibreOffice. Und da drin steht schon bereits ein Text und so auf diese Art und Weise arbeite ich häufig. Ich schreibe Texte in der Textverarbeitung erst einmal runter, ohne irgendwelche großartigen Formatierungen und auch ohne Bilder einzufügen. Ich schreibe dann an die Stelle einfach Bild hin, so wie man das hier sieht, und schreibe die Bildunterschrift direkt darunter. Irgendwann bin ich da natürlich soweit und will das Bild einfügen. Und genau dieses Phänomen, dieses Problem mit dem Bild einfügen, das sehen wir jetzt hier in diesem Video. Was passiert hier? Ich scrolle dahin, hier steht Bild, hier will ich ein Bild einfügen. Das Bild hole ich jetzt mal von außen rein, per Drag & Drop. Jetzt erscheint das da, okay. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle natürlich auch die Bildunterschrift richtig einfügen. Das heißt, ich gehe dahin auf Beschriftung einfügen. So, und jetzt möchte ich den Text kopieren, der hier unten drunter steht. Und das geht nicht, denn das ist ein modaler Dialog. Ich kann diesen Text nicht kopieren. Ich muss also entweder den Text händisch abtippen, was natürlich ein riesiger Aufwand ist, oder ich muss die Reihenfolge anders machen. Ich muss den Text also erst kopieren, was ich jetzt mache, und kann dann erst die Funktion Beschriftung einfügen wählen. Und dann kann ich natürlich per Copy-Paste arbeiten. Nur, diese Reihenfolge, die ist doch nicht notwendigerweise so. Auch eine Reihenfolge andersherum wäre doch sinnvoll. Der modale Dialog verhindert an dieser Stelle, dass ich auf eine mir genehme Art und Weise damit arbeiten kann. Er zwingt mir eine Reihenfolge in der Bearbeitung auf. An anderen Stellen war das früher auch so und ist abgebaut worden. Zum Beispiel beim Suchendialog. Beim Suchendialog in Editoren, Textverarbeitungen, eigentlich überall ist es mittlerweile so, dass der zwar auch ähnlich erscheint wie da, aber der Suchendialog verhindert nicht, dass ich Text markiere in der Textverarbeitung und kopieren kann, um ihn dann im Suchdialog einzufügen. Denn das ist häufig so, dass man das möchte, dass man irgendeine Phrase oder sowas aus einem Text erst herauskopieren möchte, um dann danach zu suchen. Und es ist doch völlig egal, ob ich erst den Dialog aufrufe und dann die Phrase kopiere, oder erst die Phrase kopiere und dann den Dialog aufrufe. Also beides ist sinnvollerweise möglich. Und wenn das nicht ermöglicht wird, dann haben wir hier ein Problem. Und das ist wiederum erzwungene Sequenzialität an dieser Stelle. Nur mal drei Beispiele. Wir werden im Laufe der Vorlesung viele, viele, viele Beispiele für erzwungene Sequenzialitäten sehen und werden viele Forderungen aufstellen und können uns bei jeder dieser Forderungen fragen, warum ist das jetzt erzwungene Sequenzialität? Was ist hier falsch gelaufen? Was ist hier eigentlich passiert? Ein Missverständnis muss von vornherein ausgeräumt werden, nämlich, dass es darum ginge, generell Sequenzialitäten abzubauen. Es heißt Reduzierung erzwungener Sequenzialitäten. Es gibt andere Sequenzialitäten, die nicht erzwungen sind und die man auch nicht abbauen kann oder zumindest nicht abbauen muss. Und für beides haben wir hier ein paar Beispiele. Es gibt Aufgaben mit inhärente Sequenzialitäten. Wenn ihr aus dem Hause gehen wollt, müsst ihr vorher dafür aufgestanden sein und euch angezogen haben. Eine andere Reihenfolge ist entweder nicht möglich oder zumindest gesellschaftlich nicht tragbar. Es heißt, es gibt also eine gewisse Reihenfolge, die der Aufgabe inhärent sind. Ihr müsst erst aufwachen und könnt dann aus dem Hause gehen, wenn ihr nicht Schlafwandler seid. Im Computerbereich, ihr könnt nicht erst die E-Mail verschicken und dann den Adressaten eingeben. Das geht nicht, das ist unlogisch in der Aufgabe. Denn der Adressat wird ja fürs Verschicken gebraucht. Das heißt, diese Sequenz ist Aufgaben inhärent. Aber wenn es andererseits so wäre, dass ihr den Text der E-Mail nicht eingeben könntet, ohne vorher den Adressaten einzugeben, das wäre wiederum eine erzwungene Sequenzialität. Denn warum sollte das so sein? Man kann doch einen Text schreiben eines Briefes, ohne zu wissen, an wen man ihn schickt oder zumindest ohne anzugeben, an wen man ihn schickt. Da ist die Reihenfolge völlig euch überlassen. Es ist nicht in der Aufgabe inhärent, dass ich das eine zuerst habe und das andere dann. Also sollte man das auch nicht vorgeben. Und das andere sind freiwillig vorgegebene Sequenzialitäten. Auch hier vielleicht erstmal ein Beispiel aus dem realen Leben. Der Besuch einer Stadt. Ich bin zum Beispiel ein großer London-Fan. Und ich war schon öfter in London. Und ich würde es als unmöglich empfinden, wenn man mich zwingen würde, London auf eine bestimmte Art und Weise entdecken zu müssen. Dass ich also erst dorthin muss und dann dahin muss und dann dahin muss. Und das am besten alles noch zu bestimmten Uhrzeiten. Das würde ich als schrecklich empfinden. Das wäre erzwungene Sequenzialität. Man sollte mich nicht dazu zwingen. Ich kann London auf meine eigene Art und Weise erkunden. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel das erste Mal nach London kommt und sagt, Ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, was ich sehen könnte. Deswegen gebe ich mich mal hin einer geführten Tour und buche eine Tour. Und die Tour führt mich in einer bestimmten Reihenfolge durch London. In einer bestimmten vorgegebenen Sequenz. Dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Das ist eine freiwillig so ausgesuchte Sequenz. Ich bin freiwillig in diese Sequenz hineingegangen. Und ich kann die Sequenz auch jederzeit wieder beenden. Und kann es beim nächsten Mal auch ganz anders machen. Das wäre eine freiwillige vorgegebene Sequenz. Im Computerbereich, in der Nutzungsschnittstellenbereich, haben wir das auch. Zum Beispiel, wenn wir einen Lernmodus haben bei einer Software. Da können wir zum Beispiel bei der Software einstellen. Führe mich mal da durch. Ich will das jetzt lernen. Und dann macht die Software, nimmt die einen quasi an der Hand und führt einen durch eine Aufgabe in einer genau festgelegten Reihenfolge. Zum Beispiel, weil das die, zumindest vom Entwickler, angedachte ideale Reihenfolge ist, die man auch erlernen sollte. Das ist eine Möglichkeit. Diesen Ablauf kann man typischerweise abbrechen oder unterbrechen. Das andere sind Assistenten. Das kennt man zum Beispiel auch aus Textverarbeitungen oder auch aus Installationsassistenten manchmal. Nehmen wir mal das Beispiel Textverarbeitung. Ein Briefassistent in diesem Falle. Brief hat ja bestimmte, ja, immer gleiche Gegebenheiten. Ich brauche immer einen Absender. Ich brauche immer einen Empfänger. Ich brauche immer ein Datum. Ich brauche immer einen Betreff und so weiter und so fort. Das kann man sich natürlich alles so zuher rödeln, so selbst zurecht rödeln. Man kann sich aber helfen lassen, indem man einen Briefassistenten öffnet. Und dieser Briefassistent sorgt dann dafür, dass man diese Angaben auch alle macht. Und man kann die dann schön nacheinander eingeben. Und dann ist der Brief hinterher auf jeden Fall wohl formatiert. Das hilft einem natürlich, diesen Brief zu gestalten. Es zwingt einen aber niemand, das so zu tun. Und man muss den Assistenten auch nicht zu Ende machen. Wenn der Assistent einem auf die Nerven geht oder man meint, man hat jetzt genug da eingegeben, dann kann man diesen Assistenten auch vorzeitig beenden oder diesen Vorgang auch gänzlich abbrechen. Das sind auch freigegebene, vorgegebene Sequenzen. Klar hat der Assistent eine vorgegebene Sequenz, aber ich werde nicht dazu gezwungen. Und die muss ich auch nicht vermeiden. Solche Assistenten können sehr, sehr sinnvoll sein. Nicht sinnvoll wäre es, immer jeden durch diesen Assistenten zu jagen. Sondern man sollte den Leuten die Freiheit ermöglichen, das auf eigene Art und Weise gestalten zu können. Ein anderer Punkt, aber ein sehr wichtiger Punkt, der auch vorweg einmal erörtert werden muss, ist die Ohnmacht des Gestalters. Und da haben wir gleich zwei wichtige Punkte. Der eine ist Designkonflikte, Gestaltungskonflikte. Die werden uns ereilen im weiteren Fortschreiten dieser Vorlesung. Was ist das? Was ist ein Designkonflikt? Ein Designkonflikt liegt dann vor, wenn es zwei Gestaltungsforderungen gibt, die wir aufstellen werden, die einander widersprechen. Wo ich also eine Forderung nur auf Kosten der anderen Forderung erfüllen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, so ins Blaue hinein das zu besprechen. Wir werden da hinterher auch nochmal genauer darüber reden, wie man solche Designkonflikte eigentlich aufschreiben kann und wie man sie dann begründen kann. Aber wir hatten schon mal sowas wie einen Designkonflikt, nämlich als wir letzte Woche noch über die Wahrnehmung des Menschen gesprochen haben. Nur, dass man da nicht richtig über Design sprechen kann, weil man nicht so richtig sagen kann, dass der Mensch gestaltet wurde. Zumindest ist das nicht die übliche Sichtweise in der Naturwissenschaft, dass man von Gestaltung hier spricht. Aber die Art des Konfliktes ist die gleiche. Denkt mal dran, was hatten wir da? Wir hatten zum einen die Notwendigkeit, so haben wir das da genannt, dass die Wahrnehmung vollständig ist, denn man muss ja informiert sein darüber, was in der Umgebung alles so los ist, damit man zum Beispiel Futter finden kann, damit man ein Tier jagen kann, was auf das Gleiche hinauskommt, damit man irgendwelche Handlungen in der Umgebung sinnvoll tun kann und auch damit man zum Beispiel flüchten kann, wenn ein anderes Tier jagt oder wenn ein Ast auf einen zustürzt. Man braucht hinreichend viele Informationen. Brauchen wir also Vollständigkeit, eine Notwendigkeit. Die andere Notwendigkeit ist hier gewesen, dass das Ganze schnell gehen muss, denn es kann ja nicht sein, dass ich erst gefressen werde und dann zu der Erkenntnis komme, dass ich gefressen werden könnte und schnell mal lieber flüchten sollte, sondern das Ganze muss schnell genug vonstatten gehen, damit eine Reaktion überhaupt sinnvoll ist. Das ist gerade bei Fluchtinstinkten wichtig, aber natürlich auch, wenn ich jagen will oder sonst etwas will, ich kann nicht beliebig langsam sein. Das heißt, ich habe zwei Notwendigkeiten, die ich da genannt habe. Wir würden bei der Gestaltung später von Forderungen sprechen. Forderungen an eine ergonomische Gestaltung, sagen wir dann. Und die beiden laufen einander entgegen. Ich kann sie nicht gleichzeitig erfüllen. Designkonflikte muss man lösen oder kann man lösen in vielen Fällen, häufig abhängig vom Kontext. Hier in diesem Falle auch. Dieser Konflikt, der besteht immer in jeder natürlichen Wahrnehmungssituation, müsste auch auf anderen Planeten, bei anderen Wesen im Grunde bestehen. Wie das Ganze gelöst wird und was dann dabei herauskommt, das ist natürlich vom Kontext abhängig. Und das ist eben genau diese Architektur der Wahrnehmung, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Das ist quasi die Lösung unserer Evolution für dieses Problem an dieser Stelle. Andere Planeten mit anderen Gegebenheiten müssten eine andere Lösung hervorbringen. Da dürfte nicht das gleiche Wahrnehmungssystem bei rumkommen. Da werden ähnliche Dinge vielleicht passieren, aber wahrscheinlich nicht die gleichen. Das heißt, ein Austarieren eines solchen Designkonfliktes ist häufig abhängig vom Kontext. Warum halten wir das für so wichtig, diese Gestaltungskonflikte? Weil sie immer vorkommen. Es gibt kaum eine Forderung, die ich euch erzählen werde in den nächsten Wochen, in der es nicht zu einem Konflikt kommt. Einige wenige gibt es, die man sagen kann, das muss man erfüllen und dann ist gut. Aber meistens führt eine gewisse Empfehlung dazu, dass es zu Konflikten kommt. Und gerade in dem Austarieren dieser Konflikte liegt eigentlich die Genialität der Gestaltung. Also wer gut Konflikte austarieren kann, der ist ein guter Gestalter in unserem Sinne hier. Die Ohnmacht des Gestalters war hier die Überschrift. Und das könnte man auch an dieser Stelle hinschreiben, die Ohnmacht des Gestalters. Hier steht die Beschränkung der Gestaltungsreichweite. Geht ja in die gleiche Richtung. Und das hat mit einer Spezialität zu tun im User Interface Design. Und um es das klar zu machen, können wir mal einen Vergleich anstellen in der Gestaltung. Wir müssen Elemente am Bildschirm gestalten und andere müssen das zum Beispiel auch. Zum Beispiel der Gestalter eines Printmagazins, so ein Hochglanzmagazin, der macht ja auch eine Gestaltung. Zwar nicht am Bildschirm, aber er macht eine Gestaltung, oder er macht es am Bildschirm, aber er macht es nicht für den Bildschirm, sondern er macht es für einen Druck, für ein gedrucktes Werk. Welche Vorteile hat der? Der hat den ganz großen Vorteil, dass ihm alles zur Verfügung steht, was hinterher gedruckt werden wird. Sprich, wenn er eine Seite gestaltet, ist ein Artikel drauf, ist eine Überschrift drauf, vielleicht eine Grafik, vielleicht ein Bild. Das ist ihm alles zuteil, er hat das alles da, er kann das alles direkt unterbringen und er hat Einfluss auf alle Designaspekte, die da möglich sind. Er kann die Positionen vergeben, er kann die Größen bestimmen, er kann zum Beispiel sehen, ob ein Wort an einer bestimmten Stelle umbricht oder nicht. Er kann sagen, naja, diese Überschrift, die ist irgendwie sperrig, da brauche ich ein anderes Design, da muss ich das etwas anpassen oder so. Er kann bis ins kleinste Detail gestalten. Wenn wir Software gestalten, haben wir das oft nicht. Nehmt nur einfach mal, ihr habt ein Icon und unter dem Icon soll ein Dateiname stehen. So wie das ja im Explorer ist, im Finder und natürlich auch in allen Linux-Dateimanagern, das ist ja üblich. So, der Dateiname, der ist euch doch überhaupt nicht bekannt. Das heißt, ihr müsst eine Gestaltung vorsehen und definieren, die diesen Dateinamen vernünftig anzeigen kann, ohne dass ihr diesen Dateinamen kennen könnt. Und das ist genau diese Beschränkung der Gestaltungsreichweite. Auch Überschriften, Button-Beschriftungen, Fehlermeldungen, all diese Dinge, was da drin steht oder wie es aussieht auch teilweise, hängt ja gar nicht komplett von euch ab, sondern es hängt ja von Rahmenbedingungen ab, oft von dem, was der Nutzer getan hat, wie er Dinge benannt hat, wie er Dinge eingestellt hat. Aber trotzdem müsst ihr eine Gestaltung vorsehen, in der Ergonomie sichergestellt ist, in der man Sachen wahrnehmen kann, in der man vernünftig handeln kann und in dem man das auch verstehen kann, was da am Bildschirm zu sehen ist. Und um das hinzukriegen, müssen wir uns an einigen Stellen was einfallen lassen. Das heißt, wir müssen uns vor allen Dingen an mancher Stelle beschränken. Wir dürften manche Sachen nicht machen. Und an anderer Stelle müssen wir sagen, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt mehr gehen. Wir müssen vielleicht eine Definition mehr machen, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall, naja, etwas Ergonomisches und Nutzbares dabei rumkommt. Und wenn wir das machen, dann nennen wir diese Gestaltung robust. Eine robuste Gestaltung ist also eine Gestaltung, eine Gestaltungsregel, eine Gestaltungsweise, die wir anwenden, die robust ist gegen Seiteneinflüsse, sodass die Seiteneinflüsse nicht zu einer unergonomischen Gestaltung führen. Wir können uns dazu ein schönes Beispiel angucken aus diesem Programm hier. Der Name ist mir gerade entfallen, tut aber auch nichts zur Sache. Es ist auf jeden Fall eine Software gewesen zum Erstellen von Websites. Und da gibt es dieses kleine Fenster drin, Page Inspector heißt es. Und dann guckt mal, was da unten steht, wo Seitenressourcen ist. Oh, da ist das passiert, vor dem ich beim letzten Mal in der letzten Woche noch gewarnt habe. Rote Schrift auf blauem Grund. Wie kann das denn passieren? Welcher Gestalter gestaltet denn rote Schrift auf blauem Grund? Das sieht doch schrecklich aus. Ja, klar. Aber so gestaltet hat es wahrscheinlich niemand. Man hat nur nicht robust gestaltet. Was ist passiert? Der Gestalter dieser Software hat gesagt, rote Schrift nehme ich, wenn ein Fehler vorliegt. Diese Ressourcen hier sind nämlich nicht verfügbar. Deswegen sind sie rot dargestellt. Rot für Fehler. Okay, ist sowieso ein bisschen problematisch, weil nur mit Farbe ausgezeichnet. Auch das ist etwas, was man vermeiden sollte. Aber zunächst einmal kann man ja sagen, rote Darstellung für fehlerhafte Sachen ist in Ordnung, denn dann wird die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt, dass man sich darum kümmert. Gut. Die blaue Hinterlegung, die ist nicht von dem Gestalter gekommen, sondern die ist von Apple gekommen. Denn in dem Betriebssystem ist es so eingestellt, und das ist auch die Standardeinstellung, dass markierte Zellen in so einem Element, in so einem Tabellenelement, blau hinterlegt werden. Das ist auch nicht schlimm. Eine blaue Hinterlegung ist auch völlig in Ordnung für Text. Nur die Kombination ist natürlich unmöglich. Das heißt, roter Text auf blauem Grund, das ist schlecht. Wie hätte man robust gestalten können? Man hätte an beiden Seiten, sowohl bei Apple als auch beim Gestalter, auf eine gesättigte Farbe verzichten können. Gut. Gegen Apple können wir nichts machen. Das heißt, wir als Gestalter einer Software hätten hier auf eine gesättigte Farbe verzichten können. Oder aber wir hätten einen Schritt mehr machen müssen und auch die Hintergrundfarbe mitdefinieren müssen. Wir hätten also sagen müssen, die Selektionsfarbe bei einem Fehler ist anders. Zum Beispiel hätten wir es so machen können, dass selektierte Elemente weiße Schrift auf rotem Grund haben und nicht selektierte Elemente rote Schrift auf dem hellen Grund. Dann hätten wir an dieser Stelle kein Problem mehr gehabt. Wir müssen also uns entweder beschränken oder den Schritt mehr gehen, damit wir verhindern, dass solche unergonomischen Gestaltungen dadurch entstehen, dass wir nicht robust gestaltet haben. So viel der Vorrede an grundlegenden Forderungen, grundlegenden Leitlinien. Und im nächsten Video geht es damit los, dass wir Bildschirmelemente gestalten und gucken, wie wir das machen können.